Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeig ich euch ein paar Weltrequalities, die krassesten Weltrequalities gibt es vielleicht meiner Meinung nach. Es sind wieder 3 Stück wie beim letzten Video. Ist ja logisch und ja, dann kommen wir zum ersten. Ihr kennt doch alle Usain Bolt. Usain Bolt ist der schnellste meiner Welt meiner Meinung nach, auch wenn es jetzt immer noch ist, aber halt beim letzten Rennen. Es versagt hat irgendwie. Aber ja, auf jeden Fall, hier ist der Welt. 100 Meter, ja, hier wird es schön. Fett. Der Saffer Paul ist der schnellste aus den Blöcken. Jetzt kommt Gale und jetzt ist Usain Bolt nicht zerhalten. Nein, er gewinnt. 9,58 Weltrekord. Hier bin ich wieder. So, jetzt kommen wir zum nächsten Video. Es gibt einen Mann, der kann zu Hause gehen. Es ist richtig krass. Ich weiß, wenn ich mir heiße, aber er hat den Weltrekord eben meist. Also, ähm, meist dem war raus und ich finde es schon krass. Es ist nicht so, was ich wollte, aber hier kommt das Video. Jetzt kommen wir zum nächsten Video. Und das nächste ist von Dude Perfect. Das ist ein YouTube-Kanal. Der hat 20 Millionen Abonnenten, also der ist wirklich richtig groß. Und ich habe ihn auch so als Abonnenten in der Minute. Und der hat einen Ball von wahrscheinlich 100 Metern oder so im Basketball runtergebrochen. Und der ist dann genau unten mit dem kleinen Masker. Und das war schon dein Klasson, bitte. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Video. Oh, ich kann mich doch abnehmen, wenn ihr wollt. Ich wollte es nicht, aber ist mir egal.